Jo meine Freunde, was geht und willkommen zurück zur nächsten Runde Ironside. Heute wird mal eine neue Wummer ausprobiert, die ARX 160. Ich bin gespannt. Oh Gott. Wo ist er? Oh, den kriegen wir. Yes. Schön von hinten angegriffen. Der ist AFK. Schwierigste Kill meines Lebens. Oh, da war noch einer. Ich gehe schnell weg hier. Yes. Wo ist der Gegner? Nimm den. Ah, schade. Da waren wir schon ziemlich low. Oh mein Gott, hier fliegen die Nades. Mist. Aber wir haben endlich mal wieder einen mit der Diegel geholt. Junge, die Waffe ist ja mal der Wahnsinn. Jo, gönn dir. Okay, wir laufen wieder außen rum. Hier ist keine Sau. Warte Junge, ich bin am Start. Versuchen wieder von hinten einen wegzuholen. Shit ey. Oh. War klar, dass er da steht. Oh. Ich bin hinter euch. Ey, die Knarre macht ja mal richtig Bock. So, natürlich nicht. Was steht da da im Kopf, ey? Der kann eh nicht fliegen. So, im Airport mit der Drohne finde ich immer ziemlich schwierig. Aber wir versuchen es. Oh, den kriegen wir. Bam. Eigentlich eine gute Runde für uns. Bis jetzt jedenfalls. Bis jetzt jedenfalls. Oh nein. Den hab ich verzogen. Und wieder hinten lang. Und wieder hinten lang. Was? Ja, den krieg ich nicht. Schade, aber er ist ziemlich low. Oh nein, jetzt stehen hier so viele, ey. Und ich weiß nicht, ob wir nicht ballern soll. Gott, bin ich ein Noob. Einfach mal fokussiert bleiben. Aber da hatte ich schon wieder Schaum vor dem Mund. Oh, die Nate war gut. Aber der ist schon down. Jetzt bis jetzt am besten funktioniert. Und das funktioniert auch weiter gut. Hallo. Nein, mein Gott. Immer so knappe Geschichten. Den Hit konnten wir setzen. Und den Rest machen wir auch noch. Nein. Auch nicht weg. Wir schnabulieren alle von hinten weg. Wollt grad sagen, warum fällt der nicht um? Huah! Wir haben sechs Kills noch. Sollten wir schaffen. Der war schön. Komm, wir versuchen den letzten Meter Drohne. Vielleicht kriegen wir ihn. No, lass die mir. Nein, was war das denn? Was habe ich denn gemacht? Ist egal. Der Sieg ist trotzdem unserer. Schönes Röntgen. Schöne Kills waren dabei. 28 Kills sind wieder, sind es mal wieder geworden. Oh, die sitzt. Sehr schön. Ich hoffe natürlich auch, dass euch die Runde wieder gefallen hat. Und würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss!